6 Buchstaben. Bringt sie in die richtige Reihenfolge und ruft dann an unter 0900 und 6x6. Wen hab ich in der Leitung? Hier ist Luise aus Quickporn. Luise, sag uns deinen Lösungsvorschlag. Eindeutig Bienenstich. Bienenstich? 6 Buchstaben, Mädel. 6 Buchstaben. Jetzt sagt die mir Bienenstich. Da ist nicht mal ein B drin. Weißt du, hier, du kannst gewinnen, kannst gewinnen. 20 Euro und den Jackpot. 5.736 Euro und 34 Cent. Und die sagt Bienenstich. Ich krieg die Krise. Nee, komm hier. Hotbutton. Noch 30 Sekunden. Hotbutton. Ruft an, ruft an. Wen hab ich in der Leitung? Joa, hier ist Peter. Peter, Peter, sag's mir. Sag's mir, Peter. 6 Buchstaben. Richtige Reihenfolge. Kürbiskuchen. Kürbiskuchen? Da ist doch nicht mal ein K drin. Nicht mal ein K. Weder für Kürbis, noch für Kuchen. Ihr habt sie nicht verdient, Mann. Guckt hier. 20 Euro hier. Ich hol sie aus der Tasche. 20.